Ich bin Anna und ich kontaktiere Sie von ShopOnline bezüglich der Anfrage, die Sie für das Produkt YouSlim gestillt haben. Ja, genau. Zum Abnehmen, ja? Ja, zum Abnehmen. So, damit ich Sie besser beraten kann, erlauben Sie mir bitte ein paar Fragen zu stellen? Ja, klar, klar. Dankeschön. Wie alt sind Sie bitte? Ich bin 35 Jahre jung. 35, okay. Okay. Und wo haben Sie mehr Kilo, bitte, Herr? Wie viele Kilo haben Sie? Und wie viel möchten Sie zum Abnehmen? Ich weiß nicht, wie viel ich abnehmen muss, aber ich habe 190 Kilo. Das ist viel zu viel. 190? Ja. Also ich habe so einen anstrengenden Beruf. Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter, weißt du, so schneiden, rennen, dann hochladen und ich kann nicht aufhören zu essen. Weißt du, der Offenkäse, der ist einfach so lecker. Ich habe das Ding mit der Flatrate gebucht bei Amazon. Die bringen das alle zwei Wochen und dann muss ich das auch essen. Und ich kann nicht damit aufhören. Ich verstehe. Und die Brötchen beim Bäck, weißt du, die sind immer so knusprig, weißt du, ich kriege da ja die Brötchen vom Vortag kostenlos, weil die sparen dann Platz in der Mülltonne, wenn ich das alles esse und ich kann nicht damit aufhören. Mhm, ich verstehe Sie, Herr. Und seit wann haben Sie das Problem, bitte? So mein ganzes Leben lang schon. Weißt du, mein Papa, der Rudi, der hat mich schon, als ich ein Kind war, immer mit in den Wald genommen zum Jagen und da habe ich die Viecher halt auch gefressen, weil du willst die nicht umsonst umbringen. Und es schmeckt halt alles so gut, weißt du? Die Hasen und die zerdrückten Küken, ich kann das einfach nicht widerstehen. Ja, natürlich. Haben Sie etwas anderes als Verbierter oder das ist das Erste für Sie? Was ist das Erste für mich? Freundin? Nein, ich habe drei. Eine andere Miete. Nein, ich wohne nicht zu Miete, ich bin obdachlos momentan. Mhm, Herr Richard, ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert, bitte, das Produkt. So, das ist 100% pflanzlich und die ist die richtige Wahl. So, das ist ein sehr wirksamer Mittel, das von unseren Kunden wiederholt bestätigt wurde. So, mit Velos, mit Uslim, Entschuldigung, verlieren Sie definitiv dieses Kilogramm. So, ich werde erklären, warum der Komplex ein solches Ergebnis liefert. So, Velos ist ein leistungsstarker Schlankheitskomplex, der dank seiner einzigartigen Zweiphasen formell alle möglichen Ursachen führt. Was für ein Ding? So, ich habe gesagt, der dank seiner einzigartigen Zweiphasen formell alle möglichen Ursachen für Übergewicht beseitigt und wird Ablagerung abaut. Also, das beseitigt das Essen, weil das Essen ist ja der Grund für mein Übergewicht, der Offenkäse. Muss ich das da drauf streuen dann, oder wie funktioniert das? So, Herr, Velos lässt einen aktiven Gewichtverlust aus, so beschleunigt Stoffwechselprothese im Körper und beschleunigt den Stoffwechsel und die Fettverbindung mit maximaler Energiefreisetzung. So, in den Zellen wird eine Art Energieofen ausgelöst. Wird was? Was passiert da? Energieofen? Ja, ausruhen kann ich gut, da bin ich ungeschlagen drin. So, Herr, der Komplex wurde unter Berücksichtung des männlichen Biorhythmus entwickelt und arbeitet 24 Stunden seit sieben Tagen in der Woche. Ja, da muss ich warnen, mein Biorhythmus ist total am Arsch, da wo andere Leute arbeiten, da schlafe ich und wo andere Leute schlafen, da haue ich Internetvideos raus, als gäbe es kein Morgen durch meine Rendermaschine. Also, ich habe keinen normalen Biorhythmus und da bin ich stolz drauf. Das habe ich ganz alleine geschafft, trotz der ganzen Hater. Ja, so, Herr, als Ergebnis erhalten Sie eine beispiellose Welle von Kraft und Fröhlichkeit im Laufe des Tages. Eine beispiellose Welle, das hört sich japanisch an, weißt du, ich habe ein japanisches Badezimmer. Kann das auch helfen? So Meditation und so? Ich probiere das immer so mit Slipnode auf den Ohren, weißt du, ich hocke dann in meinem japanischen Badezimmer und wenn die dann draußen schreien, dann rufe ich durchs Fenster. Ich kann dich nicht hören, ich habe Kopfhörer auf, aber die gehen trotzdem nicht weg, verstehst du das? Und dann muss ich wieder essen, weil ich traurig bin. Das ist ein Problem und Sie haben die richtige Lösung mit diesem Produkt. Definitiv, Sie verlieren viele Kilo. Wie viel möchten Sie zum Abnehmen zum Beispiel? Also wenn, dann will ich jetzt schon in die Vollen gehen, weil so geht das nicht mehr weiter. Ich laufe seit drei Jahren auf denselben Schuhen rum, weil mir normale Schuhe nicht mehr passen. Die hängen schon, meine Orga-Füße, die hängen schon hinten raus. Also ich muss mindestens drei Kilo abnehmen. So, Herr, sehr wichtig ist, so basiert auf Ihre Informationen und Ihren Problemen, so wie viel Kilo sind Sie und wie viel möchten Sie zum Abnehmen. Aha. So, sehr wichtig ist, dieses Produkt, Uslim nur für einen Zeitraum, von ein bis zu zwei Monaten zu verwenden, ohne die Programme zu unterbrechen. Wie, ich soll drei Monate keinen Offenkäse essen? Nein, Herr, nein, ich erkläre Ihnen, was ich meine. So, Sie nehmen das nur für einen Zeitraum, ja? Drei Monate? Nicht für lange Zeit. Das ist lange Zeit. So, Herr, Sie, äh... Was will ich denn so lange essen? Sie essen, was Sie wollen, Herr. Herr, Sie wollen, was Sie, äh, Sie essen, was Sie wollen. Das mache ich sowieso, das lasse ich mir doch nicht verbieten. Ich bin selbstständiger Schichtarbeiter. Ja, natürlich, Herr. So, Sie essen, ist kein Problem. So, Sie nehmen das nur für einen Zeitraum. Und, äh, so, das hat 20 Kapseln, Sie nehmen das zweimal am Tag, eine Kapselnmorgen und eine Kapselnabend, okay? Aha, ja. Während des Essens. So, äh, Sie, äh, Sie sollen keine... Soll ich das dann auf den... Soll ich das auf den... Soll ich das auf den Offenkäse obendrauf machen, das Zeug, oder wie? Oder ist das ein Tabletter? Äh, das ist ein Kapsel, Herr, ein pflanzlicher Kapsel. Ah, ist das zum Einführen, wie Ricola? Äh, wie zum Beispiel, äh, das ist eine Kapsel, wie andere Kapseln, verstehen Sie, was ich meine? Also für, für, für Rektaleinführer, ne, das mag ich gerne. Sind die in Form von großen Wassertieren in die Kapseln, dann macht mir das besonders viel Spaß. So ein Delfin oder sowas. Hm, so was meinen Sie, die Zusammensetzung bitte? Ja, ja, ist da Delfin drinnen? Äh, nein, so das hat, das hat Ginseng, Oragenblütenextrakt, Apfelessig auch. Ach, und davon nimmt man ab? Ja, also... Das ist ja klasse. Das ist ja klasse. So, alle sind nur pflanzliche, Herr. Das ist gut. Weißt du, mein Kumpel Mimon, der ist Alchemist, der hätte mir jetzt sagen können, was das alles bedeutet, aber ich hab da keine Ahnung von. So, Herr, natürlich, das garantiert auch keine Nebenwirkungen, keine Allergie aus. Nur 100% pflanzlich. So, unser Produkt hat auch ein Qualitätszertifikat von der EU. So hat auch Vitamin B12 Chrom-Polsäure. Von der EU... Chrom? Also ich musste neulich, weißt du, da haben die bei mir in der Schanze gefunden, dass meine Wände noch Chrom verseucht sind. Da haben die gesagt, Chrom ist gefährlich. Und jetzt soll ich Chrom essen? Nein, Herr, also das verhindert die Speicherung von Energie in Form von Brät. Das verringert das Hungergefühl und reduziert den Heißhunger auf Süßes, ja? Ein wichtiger Element im Stoffwechselprozess. Ja, weißt du, mit Monster Energy, da komme ich auch nicht klar. Ich brauche das Zeug wie Luft zum Atmen. Wo wir gerade bei Luft zum Atmen sind. Ich bin ja der Meinung, die Haut ist kein Organ. Würdest du dazu stimmen oder nicht? Ja, ich verstehe Sie, Herr. Ja, ist die Haut ein Organ, ja oder nein? Was bitte? Ist die Haut ein Organ, ja oder nein? Ist eine einfache Frage. Was meinen Sie mit das bitte? Die Haut, was wir haben bei unserem Körper drauf, das Haut. Ist das ein Organ oder nicht? Nein. Ich merke schon, es ist kein Organ, aber du bist auch ein Haler. Ich sage es dir. Hat Solmecke dich geschickt? So, Herr Winkler, ich erzähle, was ist besser für Sie, Herr. Wie ich habe gesagt, Muslim ist eine richtige Wahl zum Abnehmen. Was? Die Muslims sind eine richtige Wahl zum Abnehmen? Hast du das gerade wirklich gesagt? Muslim, Herr, das ist ein Produkt, das wir sprechen. Willst du mich jetzt zum Islam konvertieren oder was? Herr Winkler, was möchten Sie bitte? Du hast zu mir gerade gesagt, mit Muslims kann man gut abnehmen. Was erzählst du mir für einen Kram? Herr Winkler, Sie möchten ein Kilo zum Abnehmen, ja? Ja, ich will Kilos abnehmen. Du zählst mir irgendwas von Muslimbrüdern oder was? Was soll das? Ja, zu verlieren, Herr. Du hast nichts zu verlieren? Oh, mein Gott, eine Attentäterin. Hast du ein Gürtel um mit Bumm oder so? Herr Winkler, Entschuldigung. Es wird gar nichts, wird entschuldigt. Geh runter von meinem Grundstück. Ja. Dann, das ist die richtige Wahl für Sie. Ein Bio-Produkt, keine chemischen Produkten. So beschleunigt die Stoffwechselorgane im Körper, beschleunigt die Fettsärbenung maximal und stellt das für den Körper notwendige Gleichgewicht der Mikroelemente wieder, Herr. Was ist ein Mikroelement? Das Mikroelement, Herr. Was ist das? So in den Körper, Herr. So in Zellen wird, wie ich habe gesagt. So komplex blockiert Signale von Hunger und verlangen an Melchspeise und Süßigkeiten. Was ist mit Süßigkeiten? Hör mal auf vorzulesen. Erzähl mal mit eigenen Worten. Das bringt doch so nichts. So hör, das ist, wie ich habe gesagt, besprechen für ein Atomprodukt eine Lebensqualität für Sie. Atomprodukt? So sehr schnell werden Sie sich daran gewonnen, eine kleine Menge zu essen und wollen einfach nicht mehr essen. Ja, aber wenn ich gar nicht mehr esse, dann verhungere ich doch. Das bringt doch auch nichts. Seid ihr Schamanen oder irgendwie sowas? Sie haben mir gesagt, Sie möchten Kilo zu verlieren. Natürlich. Und ich verstehe Ihnen, wie das funktioniert. Und wie viele Kalorien darf ich noch essen am Tag? Wie viele Kalorien darf ich noch essen? Herr Winkler, das ist keine Diät. Verstehen Sie? Natürlich ist das eine Diät. Ich will doch Kilos verlieren. Ja. Was erzählst du mir da? Herr, das ist ein Bioprodukt, Herr. Ein Bioprodukt? Dann bist du bei den Grünen oder was? Protestierst du gerade? Hast du dich an deinem Stuhl festgeklebt? Schrei mal irgendwelche Slogans. Das passt dann besser. Moment bitte, Herr Winkler. Immer diese Klimakleber am Telefon. Das ist schrecklich. Was kostet das Abnehmenzeug denn? Kann ich mit Steam-Karten bezahlen? Die spenden mir meine Zuschauer immer. Und ich habe auch noch ein paar Barren rumliegen. Herr Winkler, was meine ich für die Bezahlung? Bitte. Ja, wie viel kostet? Das ist der gleiche Preis, das steht in unserer Website. Haben Sie das gelesen? Ja, aber ich habe das doch schon wieder weggeklickt. Ich bin doch gerade am Schneiden, Rändern, Hochladen. Ich kann mir das doch nicht so lange merken. So, Herr Winkler, das kostet so 49 Euro. Eine Packung. 49 Euro für das Wundermittel, das ist ja geschenkt. Das gibt mir, da gibt mir das her. Los. Was? Ist das teuer oder was meinen Sie bitte? Ich möchte Bestellung machen. Natürlich, Herr. Ja. Eine Packung kostet so. Wenn Sie möchten, mehr Kilo zu verlieren, Sie können ein Programm machen. Das ist gut. Weißt du, ich bin ja prominenter. Können wir irgendwie einen Deal machen? Ich halte euer Produkt in die Kamera und ich kriege dafür einen Sonderpreis. Können wir da was aushandeln? Herr Winkler, so eine Packung kostet 99 Euro. Sie bekommen eine Packung für 49 Euro mit 50% Rabatt. Sie können auch ein Programm machen, wenn die maximalen Wirkungen, wenn die maximalen Ergebnisse möchten zu erreichen. So, Sie können ein Programm machen. Das besteht aus sechs Packungen, vier plus zwei Geschenk und kostet 196 Euro. Wie, aber du hast doch gesagt, man kann das nur zwei, drei Monate nehmen. Jetzt willst du mir sechs Packungen von dem Zeug andrehen. Soll ich da ein Haus draus bauen oder was? Herr Winkler, das ist nur ein Programm. Sie nehmen das nur für diese Zeitraum. Ja, du spielst gerade dein Programm ab, das merke ich. Dankeschön. Herr Winkler, es tut mir leid. Möchten Sie nur eine Packung zum Ausprobieren, Herr, oder was? Nein, nein, ich möchte sechs Packungen haben. Da kann ich mir so eine Diorama-Landschaft draus bauen, ja. Für meine kleinen Plastiksoldaten. Ja, Herr, Sie nehmen das nur für diese Zeitraum. Ja. Und dann haben Sie definitiv viele Kilo zum Abnehmen. Mit sechs Packungen, mit dem vollen Programm. Sie verlieren definitiv 40 Kilo. 40 Kilo? Das ist ja richtig super. Dann kann ich endlich nach Rudis goldener Luga suchen. Weißt du, die ist ja seit 45 verschollen. Ich muss die unbedingt finden. Weißt du, das ist ja mein ganzes Erbe. Und dieses Haus, was ich hatte, weißt du, das haben die Hader ja kaputt gemacht. Aber die goldene Luga, die werde ich finden. Was meinen Sie, Herr? Ne, die goldene Luga, die muss ich doch wieder finden. Wo müssen Sie das finden, Herr? Das weiß ich ja noch nicht, ob die irgendwie in der Wolfschanze drin ist oder in der Wewelsburg oder ob die das irgendwo vergraben haben. Das muss ich ja wieder finden. Aber wenn ich dann weniger Kilos habe, dann bin ich ja fitter. Weißt du, ich bin zwar ein sehr fetter, aber auch ein sehr fitter Mensch. Aber wenn ich abgenommen habe, dann geht das noch besser. Okay, Herr. Sagen Sie mir bitte die Postleitzahl. Wir machen die Bestellung. Ja, 911-448. 448. Das ist im Emskirchen? Genau, Emskirchen, genau. Okay, die Straße, Herr? Altschauerberg 8. Altschauerberg 8, okay. Okay, in der Briefkasse steht Ihr Name oder andere Familienname? Da steht Rainer Winkler, aber manchmal steht da auch Buttergolem dran oder wenn andere Leute da was hinschreiben, da steht auch manchmal Achtung, Oger wirft mit Kot oder so, aber da kann ich nichts dafür, das sind die Kinder hier, die das machen. Dann schreibe ich Rainer Winkler, okay? Was schreiben Sie rein? Rainer Winkler, ist Ihr Name? Ja, ja, aber können Sie noch dazu schreiben? Achtung, Oger wirft mit Kot. So, als Information für den Kurierfahrer. Okay, Herr. So, ähm, unsere Telefonnummer gebe ich Ihnen gerne. Haben Sie etwas zum Schreiben? Ich habe doch hier Ihre Telefonnummer. Das steht doch hier. Das ist eine andere, Herr, das ist kostenlos für unsere Kunden. Ach so, ja, dann gib mal, da können die ganzen Zuschauer da anrufen. Ja, bitte. So, ist 4, 9. Warte, so schnell bin ich gar nicht. 4, 9? Okay, 4, 9. Ja, 3, 2. 3, was? 3, 2? 3, 2. Ja. 2, 1. 2, 1. Mhm. 3, 2. 3, 2. 4, 9. 4, 9. 0, 2, 0. 0, 2, 0. Ja, das ist richtig. Und das ist dann so Bestellhotline oder was? So, das ist, äh, was bitte? Die, wie können Sie das schreiben, oder? Ja, ich habe das schon geschrieben, aber da kann ich anrufen, wenn ich wieder einen Nachschub brauche, oder was? Weil die vier Packungen, das ist, wenn ich keinen oft... Wie viel, wie viel Gramm ist von diesem Produkt drinnen, bei einer Packung? Das 20 Kapsel hat, 20 Kapsel hat, eine Packung. Und wie viele Kalorien hat so eine Kapsel, dass die so gut satt machen? Wie viele Kalorien hat eine Kapsel? Ja. Weil so Offenkäse hat so zwischen 800 und 4000, je nachdem, wie viel Appetit ich habe. Mhm. Aha. Okay. Ja, das war eine Frage. So, das, äh... So, Herr, das ist ein Futsupplement, ja? Ein was? Das hat keine Kalorien... Was ist das, ein Futs? Das ist wie ein Vitamin, Herr. Nee, ich wollte keine Vitamine, ich will abnehmen, verdammt. Ja, das ist, äh, mit Vitaminen, aber das ist, äh, zum Abnehmen, Herr. Aha. So, machen Sie keine Sorge, Sie haben keine Kalorien mehr mit diesem Produkt. Ich habe keine Kalorien mehr mit diesem Produkt? Aber wovon soll ich dann leben, verdammt? Ich kann doch nicht von der Luft zum Atmen leben. Dann leben. Ja, Sie essen und dann leben, Herr. Ja, das geht seit 10 Jahren so. Ich esse, ich esse, ich esse, ich werde immer dicker passen, nicht mehr durch die Tür. Das ist alles nur, weil die mich immer nicht, äh, weil die immer böse zu mir sind im Internet. Die sind alle die Hater schuld, weißt du? Ich habe nie was, nie was verbrauchen, ich habe nie was zu Schulden kommen lassen. Ist echt zum Heulen. Kein Richter der Welt wird mich jemals dafür verurteilen, wenn ich den harten Ofenkäse dann denen hinterher werfe, wenn ich den nicht brauche. Ich mache da Wurfsterne draus. Okay. So, Herr, äh, danke schön bei uns, dass Sie kunden bei uns sind heute für das erste Mal. Sie haben die Möglichkeit, das gleiche Produkt und gleiche Qualität, eine Packung für 20 Euro profitieren oder zwei für 40 Euro. Soll ich ein oder zwei hinzufügen? Oh, vier. So, wir können sie später benutzen. Vier. So, vier Packungen, maximal zwei Packungen, man stelle, können Sie, Herr. Dann nehme ich zwei und dann rufe ich gleich nochmal an und bestelle nochmal zwei. Können wir das so machen? Natürlich. Sauber. Ja, natürlich, machen Sie so. Okay, Herr, so, unsere Telefonnummer Sie haben. Aha. So, wenn Sie haben Wissau oder Mastercard, Sie können das online bezahlen auf Ihrem Handy. Ne, sowas habe ich nicht. Haben Sie? Ne. Okay, dann machen wir so per Nachname, Herr. Ja, klar, machen wir per Nachname. Okay, dann. Wo ist, wo ist euer Versandlager? Wie lange dauert, bis das bei mir ist? Vier bis fünf Tage maximal, Herr. Das ist schneller, dass Sie sich auch bei DHL, okay? Ja. Einen Tag vorher, Sie sind informiert bei der Kurier, so Sie wissen, wenn Kurier kommt, dafür das Paket, okay? Von welches Firma kommt der Kurier? Ich bin immer zu Hause. DHL, Herr. Das kommt mit DHL? So, von DHL kommt das. Ich hoffe, die nehmen euch eine Menge Kohle dafür ab, dass die den Mist da für euch rumtragen, denn das wird ja auf jeden Fall umsonst sein, aber es ist ja egal, ne? Mhm. Ja, so, Herr, wie ich habe gesagt, einen Tag vorher, Sie sind informiert. So, der Kurier rufen Sie und fragen Sie für eine mögliche Uhrzeit, okay? Ja, klar. Okay, Herr. Ich freue mich, vielen Dank. So, mhm. Danke schön auch. So, Herr, wir haben ein Gerät als Promotion des Tages, wenn Sie haben Interesse, heißt Ketonemeter. So, Sie werden die Ketonemeter im Blut messen. Schwiegermutter im Blut? Hast du ein Gerät, Herr? So, ich habe gesagt, Sie werden dicke Tonne spiegeln. Ich werde, ich bin Kastroge, hast du mich gerade dicke Tonne genannt? Wie bitte, Herr? Du hast gerade dicke Tonne zu mir gesagt. Das sage ich meinem Anwalt, Ed Salah. Ich schmeiße dir die Prügel raus, am Montag gibt es eine dicke, fette Anzeige. Hast du mich dicke Tonne genannt? Herr, hast du ein Gerät? Ja, ich habe ein Gerät. Zum Beispiel, Sie essen ein Obst oder ein Gemüse. Wenn er hart ist, ist er fünf Zentimeter. Was meinen Sie bitte? Ich habe gesagt, wenn er hart ist, ist er fünf Zentimeter. Sagt sie dicke Tonne zu mir, ich glaube es ja nicht. Was meinen Sie, Herr? Du hast dicke Tonne zu mir gesagt. Das sage ich, das sage ich Rudi. Nein, so, Herr Winkler. Herr Winkler, möchten Sie dieses Paket zu haben, oder? Ja, aber warum sagst du dicke Tonne zu mir? Du hast meine Gefühle geletzt. Nein, Ketone, Herr, ist ein Gerät. So, zum Beispiel, Sie essen ein Obst oder ein Gemüse. Eine Regentonne, oder was? Entschuldigung, erlauben Sie mich zu erklären. So, Sie essen etwas und dann Sie blasen für zehn Sekunden an der Meinschal in das Gerät und Sie verstehen, wie viele Kohlehydraten haben Sie für jedes Lebensmittel. Was ist besser für Ihren Metabolismus und was geht nicht? Was ist das für ein Gerät? Was du gesagt hast, ich soll mich da reinstellen, ist das wie eine Duschkabine an der Telefonzelle, oder was? Ich erkläre Ihnen alles, Herr. Ja, das glaube ich nicht. Haben Sie mir gehört? Ja, ich höre. Ich höre aufmerksam zu. Okay, dann ich... Verzweifle an der Frage, wie du es schaffst, eigenständig zu atmen und das alles nicht zu schnallen. Aber sei es drum, bitte erklären. Dabei. Okay, ich habe gesagt, Sie essen ein Obst oder ein Gemüse, Herr, und dann, Sie blasen für zehn Sekunden nach dem Einschalen in das Gerät. Sie verstehen dann, wie viele Kohlehydraten haben Sie für Ihre Lebensmittel. Was ist besser für Ihren Metabolismus und was geht nicht? Aha. So, Sie werden immer wissen, welche Lebensmittel beschleunigen die Fettverbrennung maximal und welche Lebensmittel verlangsamen die Fettverbrennung. So, von Realpreis 90 Euro, Sie bekommen das für 30 Euro. Ja, komm, gib her, was hast du sonst noch? Ich brauche noch einen Neoprenanzug. Das ist eine Promotion des... ...Möchten Sie das Gerät zu haben? Ja, klar, schick alles mit. Jedes Paketstück, was euch irgendwie Geld kostet, ist super. Wie viel kostet Versand? Versandkosten ist kostenlos, Herr. Sauber, das wollte ich hören. Wunderbar. DHL freut sich, weil die kriegen von euch ja auf jeden Fall ihre Kohle. Und der Postbote wird schön was zu lachen haben, wenn der dann vor dem abgerissenen Haus steht. Und der soll das zustellen an Herrn Rainer Winkler, ne? Rainer Winkler, hast du aufgeschrieben, ja? So, Herr, sind Sie seriös, oder? Ne, ich bin, äh, Rainer Winkler ist mein Name. Ich bin nicht seriös. Ja, ich weiß das, okay? Rainer Winkler. So, ich buchstäbe mit AI, ganz wichtig. So, Herr, ich mache, ich gehe jetzt gerne bitte eine kurze Zusammenfassung, so dass ich keine Fehler mache. Aha. Ich habe mit Herrn Rainer Winkler gesprochen. Sie haben eine volle Programm Just Clean bestellt, 196 Euro. Zwei Packungen für 40 Euro und ein Ketonometer für 30. In Gesamt 266 Euro. Sie wohnen im Emskirchen, die Postleitzahl 91448, Altschauerberg, Hausnummer. Innerhalb einer Woche dieses Pakets kommt da und Sie bezahlen das per Nachname, okay? Medal. So, Herr, ich bedanke für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen einen schönen Wochenende. Danke schön. Das wünsche ich auch, ne? Vielen Dank, ne? Wir supporten DHL mit jeder Bestellung bei euch, ne? Mach's gut, du. Ciao. Was für Mistfiguren. Das sind irgendwelche Inder, die haben eine Seite im Internet, da bieten die diese Quatschprogramme an, die sie hier, äh, du kannst hier alles kriegen, Creme gegen Pilz, da will ich gleich nochmal mit meinem Koch anrufen und sagen, hier, da wachsen überall Champignons, dann gibt es hier Mittel gegen Prostatitis, äh, Mittel zur Gewichtsabnahme, Mittel zur Gewichtszunahme, Trauergel, was zum Teufel ist ein Trauergel? Was ist das? Hochdruckmittel, Creme zur Penisvergrößerung, Herr Winkler, Seekapseln, Ergänzung zur Zuckerkontrolle, weißt du, da denken Leute am Ende wirklich, sie könnten da ihrer Gesundheit was Gutes tun oder mit einem, mit einem lebensbestimmenden Problem weiterkommen, wenn diese Mistvögel dich kontaktieren, du bist eine Menge Geld los und hast im Endeffekt irgendwelche Tablettchen, die du wahrscheinlich auch bei Rossmann und DM kriegst. Absolut traurig, absolut krank, aber, ja, kostet die jetzt wieder schön, dass sie ihr Paket über DHL schicken lassen und der Postbote hat was zu lachen. Haha, fällt nicht auf sowas rein. Wenn ihr gesundheitliche Beschwerden habt, geht bitte zum Arzt oder zum Apotheker, wie man so schön sagt.